so es fehlen noch drei trupps da sind alle wohl auf da kommt der nächste angerannt und opfert sich kommt leute es fehlen noch zwei trupps da kommt ein angerannt so und noch einer gut und ihr alle zu ball rüber so da müsst ihr einfach dadurch latschen ohne dass ich was machen muss gucken wir mal was wir alles haben die beiden kisten hier habe ich ja geplündert genau hier schon mal nichts ohne hier sohn naja hier sind auch schlafkabinen kontrolliere beide flaggenräume gleichzeitig ok wir nehmen wir an genau hier bespauen burgwachen dann scheinen wir erstmal die burgwachen aus das hat hier schon mal level 3 eingebracht neuer ohne 30 sekunden lang die beiden flaggenräume halten ich glaube ich muss mich erst mal zu den beiden durch wahrscheinlich können wir dann erst da eindringen beide flaggenräume kontrolliere beide räume gleichzeitig es dürfte ja kein problem sein sagte er und kriegt wahrscheinlich ordentlich aufs maul hier sind die anderen beiden eingänge für die anderen beiden so hier sind zwei weitere truppen mache ich erst mal kalt wir haben uns zum glück nur dreier trupps mit level 2 einhalten auch wenn sie etwas stärker sein sollten gucken wir noch kurz hier rein ok hier ist von sie gleich wieder so ich war hier hin so so jetzt muss das 30 sekunden halten wenn baal da drüben probleme kriegt bauten wir einfach zwei trupps zu ihm rüber aber ich glaube das dürfte baal hinkriegen ich will ihm ein bisschen helfen go gut vernichtet zum öffnen der türe alle kraft globen ok das dürfte auch nicht so schwierig sein auch mein letzter trupp hat die nächste stufe ach du meine gute kacke ich wollte gerade sagen mein letzter trupp hat auch noch eine neue stufe erreicht das könnte jedoch hier etwas wehtun ich hoffe mal sicherheitshalber hier zu meiner meute da habe ich gerade ein skelett verlassen und auch noch andere einheiten das heißt squad 4 muss ein bisschen grund erneuert werden glaube ich so tötet erstmal die kraft globe so wie sehen die anderen squads aus oh squad 5 hat auch schon was verloren ok ersatz zwerge und höhenhunde würde ich mal sagen da ist schon wieder eine succubus gefallen äh ihr sollt nicht alle in der ecke rumstehen kein problem succubi können wir auch leicht ersetzen aber ich vorschlagen wir ersetzen erstmal die ganzen truppen die gerade eins aufs dach gekriegt haben löse das rätsel überlebe die gifträume ok aber erst einmal brauche ich die trupps hier wieder alle ok so dunkelzwerg höllenhund zuckubi dunkelzwerg höllenhund training training balhilden klopfen huw au 수 chased we to Naja, das kriegt Bahl irgendwie hin. So, wer fehlt denn noch beim Training? Ihr. Habe ich euch nicht da rein portet? Und ihr. So. Dann könnt ihr schon mal ausgerüstet werden. Dann werdet ihr nämlich auch gleich losgeschickt. Also dieser Trupp hier wird losgeschickt, um noch mehr Materialien zu besorgen. Obwohl wir ziemlich viele Mats eigentlich haben. Aber ich denke mal gleich nicht mehr. Wenn ich hier mit den Upgrades fertig bin. Genau, schicken wir Trupp 4 los, Materialien besorgen. So, das ist eine schnelle Materialmission mit 75 Mats. Los geht's schnell. So, Bahl. Löse das Rätsel. Löscht durch das Team verschiedener Hebel alle Fackeln. Das wird auf der Seite sein. Überlebe die Gifträume. Das könnte kniffliger werden. Jo. Ein paar Erfahrungspunkte für die. Und dann geht's ab durch die Gifträume. Ach ja, und ich wollte opfern. Ihr könnt auch gleich mal dahin rennen. Bahl. Wir brauchen neue Imps. Sehr viele sogar. Können ja sehr viele rufen. Und dann fang ich schon mal an, Truppen wieder hier rein zu porten. Gut. Hier werden Truppen beschworen. Ah ja, da sind die Truppen. Lösche durch umhelegende Hebel alle Fackeln. Hm. Erstmal eine Truhe zum Öffnen. Neue Rune. Was machst du? Ach so, du resettest die Fackeln, nehme ich mal an. Okay, ich kann mir schon denken, wenn ich den hier umlege, sind die alle aus. So, wenn ich da dich umlege, sind die alle aus. Und wenn ich dich umlege, sind die aus. Ja, das ist dieses ganz einfache 3x3-Rätsel. So. Und sogar als einfache Variante, weil ich zurücksetzen kann und einfach alle an sind. So. Er konnte den Westflügel. So hatte kein Problem sein. Oh, wie tief. So lösst du die hier nicht an. Ich habe Wings, nicht ich? Er konnte den Westflügel, ja. Na, kriegt irgendwer... Oh, die haben schon ganz schön viel Erfahrung. Wahrscheinlich wirklich, weil ich die auf einen Überfall geschickt habe. Ich ziehe den Hebel im Westen. Okay. Ziehe ich mal alle Truppen hierher ab. Wandel wieder bei Pizze um. Ey, cool. Die haben schon mal wieder ihr drittes Level. Du brauchst noch eine Weile und ihr irgendwie sowieso. So. Kann ich das mit Bahl machen? Nein, scheinbar nicht. Äh... Trupp 1 hat eine Einheit verloren. Das heißt, Trupp 1 kriegt einen Zwerg. Von mir spendiert. Das heißt, ich muss wohl-oder-übel-Trupp 2 durch die Gifträume hetzen. Okay. Das geht scheinbar. Gut, das ging sogar. So, Trupp 1. Kriegt einen Zwerg. Bahl hilft mal hier mit. So, das heißt, Trupp 1 muss trainieren gehen. Du hast auch deine dritte Stufe wieder. Sehr gut. So. Trupp 3 ist wieder hochgeheilt. Äh... Achso. Da muss ich einfach Da muss ich einfach bloß um die Ecke gehen. Ja, boo. Ja, aber... Ja.